Mein Name ist Regula Erni, ich kenne Happymark seit acht Jahren. Wir geniessen die Ferien hier in Flims beim Skifahren und probieren auch gerne andere Sportarten aus, so wie zum Beispiel Curling. Mein Mann und ich machen auch bei den Aktivitäten mit, die Happymark anbietet. Mein Mann und ich haben dort miteinander tanzen gelernt oder die Kinder spielen auch gerne Ping-Pong. Bei Happymark finde ich gut, dass es ein Hallenwerk hat und dass es so schöne, große, helle Wohnungen hat. Den Service bei Happymark schätzen wir sehr, sei es das Restaurant oder den Kinderclub oder auch die freundliche Bedienung.